So Leute, guten Morgen zusammen. Oh Gott, mein Handy rappelt wie blöd. Ihr seht es wieder, ich wurde wieder beschenkt. Der liebe Log Champion kann es sich auch nicht nehmen lassen, mir wieder irgendwas zu schenken. Ich habe aber eine Vermutung. Es ist zu 99% würde ich jetzt behaupten, das neue Emote. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich danke jedem Einzelnen für den Support. Und vor allem, liked gerne das Video. Schreibt gerne was Nettes in den Kommentaren. Denn auch er hat natürlich Support verdient. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein. Und denkt dran, es läuft meine Skin Win Challenge. Die kommt eigentlich so ganz gut an. Ist halt immer so eine Zusammenfassung. Das Problem ist natürlich, wenn ich zwei Siege in einem Tag hole, sage ich jetzt einfach mal. Ist das Problem, dass ich mich da öfters wiederhole. Dafür sage ich schon mal Entschuldigung, ich merke das selber. Aber dann jedes Mal was anderes zu sagen, ist halt auch ein bisschen komisch. Aber ich würde sagen, wir öffnen mal das Geschenk. In 3, 2, 1. Na, was habe ich gesagt? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für das Emote. Ich weiß, einige wollen mir was schenken. Aber das Problem ist, die meisten Emotes habe ich heute noch für 200 V-Bucks. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für den Support. Ich hoffe, du hast meinen Creator gut benutzt. YT-Wermelick. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne bin ich raus. Euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Zocken. Und haut rein. Und haut rein.